Die Amazon Aktie im Black Friday on Thanksgiving Rausch, die Aktie bewegt sich und hat sich gestern kräftig nach oben bewegt. Wir haben die Situation bei der Amazon Aktie, dass wir ein 1, 2, 3 Trend Wendebooster aktiviert haben, haben bereits das 61.8 der Fibonacci Extensionslevel erreicht, schlossen da sogar drüber, da wo ich jetzt das X einzeichne und setzen dann zurück auf den Punkt 1 noch einmal, haben den mehrmals getestet und haben damit den Boden bestätigt. Und bei diesem X hier oben erfolgt ja bereits ein mögliches Signal, dass wir in Richtung 2.124 ansteigen, denn wenn wir über einem Fibonacci Level schließen, wäre dann das nächsthöhere Ziel ein mögliches Ziel. Also solange wir über 1.716 US-Dollar bleiben, wäre die Möglichkeit in Richtung 1.968 US-Dollar anzusteigen, 2.124 Dollar dabei im Schlusskurs. Darüber wäre das nächsthöhere Ziel. Bärisch wäre die ganze Geschichte jetzt, wenn wir hier eine Verhaltensänderung bekommen, wenn also der Markt, und ich befinde mich hier im Wochenkerzen-Chart, eine Kerze steht für den Preisverlauf von einer Woche, da müssen wir unter 1.716 US-Dollar drunter schließen. Das wäre die bärische Variante. Wenn wir also dann sehen, dass 1.716 von unten angelaufen werden, dann plötzlich nicht mehr drüber kommt. Das ist aber hier nicht die Situation, sondern wir haben mehrere Wochen jetzt die Situation gehabt, dass wir diese Unterstützung getestet haben, waren unter der Woche schon mal drunter. Wir haben uns immer wieder per Schlusskurs darüber gearbeitet. Insofern, diese Unterstützung für den Moment als bestätigt anzusehen. Sollte das auch weiterhin der Fall sein, könnten wir uns hier nach oben absetzen in der Amazon-Aktie. Und hier die 100%-Extension sollten wir sie erreichen, wäre dann auch gleichzeitig ein neues Allzeithub.